Was liest die da? Kurzgeschichten für Zwischendurch Der bunte Podcast mit ebenso bunten Kurzgeschichten Genrefrei und authentisch Gelesen von Silke Siegel Der Kerl schwitzte wie ein Schwein, aber wenigstens machte er seine Sache gut. Naja, gut für sein Alter. Sie zählte die Flecken an der Decke. Heute war der sechste Tag des sechsten Monats. Mit der Anzahl der Flecken zusammengezählt und durch seine Quersumme geteilt ergab das drei. Auf dem Schild in Maries Schankraum stand an dritter Stelle Fisch. Und heute war der Sorstag. Also gab es Hecht. Perfekt, sie würde Hecht zum Abendessen. Der fette Kerl über ihr strebte dem Höhepunkt entgegen und sie bäumte sich ein wenig auf, stöhnte etwas und schon erschlaffte er. Sie streichelte seinen Rücken und erzählte ihm, wie glücklich er sie gemacht hatte. Professionell erledigte sie ihre Arbeit, kassierte ihren Lohn und ein fettes Trinkgeld und hielt ihm die Tür auf. Nach ihrer Einteilung war der Mann ein Kunde der Klasse 4. Er kam immer wieder, gab ein großzügiges Trinkgeld und ohne es zu ahnen half er ihr, ihre Tarnung aufrecht zu erhalten. Klasse 3 waren die jungen Seeleute, kurz bevor sie mit den Handelsschiffen hinausfuhren. Dann wollten sie es nochmal so richtig krachen lassen. Sie gab ihnen, was immer sie wollten, und nahm ihnen alles. Tage oder Wochen später wurden sie auf See bestattet. Sie behielt ihre Lebenskraft und niemand hatte sie je verdächtigt. Dann gab es noch die Kunden der Klasse 2, die zwar zahlten, aber eigentlich zu ihrem Vergnügen da waren. Aber das mussten sie ja nicht wissen. Ihr eigentliches Ziel aber waren die Kunden der Klasse 1. Alte Männer mit Einfluss, Macht und Geheimnissen, die sie im Bett gerne teilten. Wohldosiert gab sie ihnen die Kraft, die sie zuvor den Seemännern genommen hatte. Mehr als nur einer nannte sie mein Jungbrunnen. Lagen sie dann erschöpft und zufrieden neben ihr, stand ihr Mundwerk selten still. Das waren die wahren Goldesel, und nur ihretwegen war sie hier. Aber solche Kunden traf sie nie in einer schäbigen Absteige wie dieser. Solche Kunden kamen zu Marie und zu Teda. Zu den Frauen, die als Gasthäuser getarnte Bordelle in den besseren Vierteln der Stadt betrieben und die nichts glücklicher machte, als wenn sie ihren Besuch ankündigte. Sie trat auf den Flur hinaus und ein Schatten, still wie ein Mäuschen, huschte an ihr vorbei. Blitzschnell griff sie zu. Komm, Kleines, lass dich mal anschauen. Es war wie erwartet. Ein Auge zugeschwollen, die Lippe aufgeplatzt, blaue Flecken überall. Hinter ihr öffnete sich eine Tür und ein massiger Mann, Mitglied der Stadtwache, trat heraus. Aus dem Weg, knurrte er. Der Schlag kam blitzschnell, brach ihm die Nase und warf ihn zu Boden. Mit einer Hand, seine blutige Nase haltend, griff der kampferprobte Mann zu seinem Messer. Doch er führte die Bewegung nicht zu Ende. Die Hure hatte ihren Fuß zwischen seine Beine gestellt. Fast spielerisch drückte sie ein wenig zu und er erstarrte. Als wäre nichts gewesen, lächelte sie ihn freundlich an. Oh, du Armer, du hast dich verletzt. Das tut sicher weh, oder? Er knurrte nur wütend und sie erhöhte den Druck ein wenig. Oder? Jetzt nickte er und sie sah in seinen Augen, dass er aufgegeben hatte. Schau nur, fuhr sie fort. Meine Freundin hat sich auch verletzt. Du bist doch gewiss ein mitfühlender Mann. Ganz leicht nur wippte sie mit dem Fuß und er nickte eifrig. Mit der linken Hand langte er nach seinem Geldbeutel und fischte ein paar Münzen heraus. Die Hure räusperte sich und erhöhte den Druck. Resigniert steckte der Mann die Münzen zurück, löste den Beutel vom Gürtel und reichte ihn ihr. Das ist wirklich sehr großzügig von dir. Wir werden allen unseren Freundinnen von deiner Freigebigkeit berichten. Aber der Mann winkte ab. Schon gut, meinte er. Niemand muss es erfahren. Wenn bekannt würde, dass er von einer Hure niedergeschlagen und erpresst worden war, würde ihn niemand mehr ernst nehmen. Gut möglich, dass es ihn sogar den Job bei der Stadtwache kostete. Betrachte es als Geschenk. Einverstanden? Die Hure nahm zwei große Kupfermünzen aus dem Beutel und gab sie der Kleinen. Lauf hinunter zu Holtgar. Gib ihm die Münzen und sage ihm, dass ich warmes Wasser wünsche. Und zwar sofort. Und dann kommst du zurück. Verstanden? Das Mädchen verschwand und sie wandte sich wieder dem Mann zu. Und jetzt zu uns beiden. Er zuckte ängstlich, als sie den Fuß von seinem Hoden nahm. Nein, keine weiteren Schmerzen, mein Lieber. Ganz im Gegenteil. Sie beugte sich zu ihm herab und ihre mehrblauen Augen wurden zu schwarzen Strudeln, die seinen Willen verschlangen. Mit offenem Mund lauschte er ihrem Flüstern. Nachdem sie verstummt war, starrte er sie weiter an. Ein Speichelfaden lief aus seinem Mundwinkel, doch erschien es gar nicht zu bemerken. Ja, Herrin, flüsterte er ebenso leise wie sie und erhob sich. Auf der Treppe kam ihm das Mädchen entgegen und presste sich bei seinem Anblick ängstlich an die Wand, doch er beachtete sie nicht. Er ging hinaus in die Nacht, vorbei an den Häusern und Tavernen bis hinunter zum Hafen und auf den Steg hinaus, an dem die Handelsschiffe anlegten. Zielsicher und ohne jemanden zu beachten, ging er bis zu dessen Ende und weiter. Siri Vor zwei Jahren war sie mit einem Handelsschiff nach Kogas gekommen und hatte noch am gleichen Tag wieder fliehen müssen. Ein Missverständnis, ein harmloser Streit, der eskalierte, ein Junge, der vermitteln wollte. Am Ende waren zwei Menschen tot und Siri rannte um ihr Leben. Monatelang versteckte sie sich auf dem Grund des Flusses und veränderte mühsam ihr Äußeres. Dann schwamm sie hinaus, bis kein Land mehr zu sehen war und kletterte bei Nacht an Bord eines der kleinen Boote. Nur drei Männer befanden sich darauf und es war ein leichtes, ihnen eine falsche Erinnerung einzupflanzen. Wieder ging sie in Kogas an Land. Ihr Plan war einfach. Als Hure diejenigen aushorchen, die die richtigen Informationen hatten und wieder verschwinden. Doch es war schwieriger, als sie es sich vorgestellt hatte. Die Gilde der ansässigen Huren leistete erbitterten Widerstand gegen die Neue. Schlimmer noch waren die Zuhälte der Straßenhuren. Zweimal schickten sie einen Meuchelmörder. Siri ließ die Leichen im Fluss verschwinden. Dann schlich sie sich in eine geheime Versammlung der Männer und hielt ihnen einen Vortrag darüber, was sich ändern würde und was nicht. Den ersten, der sie unterbrechen wollte, tötete sie mit einem Wurfpfeil. Die Bewegung war so schnell und sie sprach so unbeteiligt weiter, dass die Männer ihr Wiegeband zuhörten. Von da an herrschte wieder Frieden im Hafenviertel. Schnell merkten die Huren, dass Siri für sie alle eine Bereicherung war. Nie konnte man vorhersagen, welchen Kunden sie akzeptierte und welchen nicht. Doch jeden Kunden, den sie ablehnte, leitete sie geschickt an eine der anderen Frauen weiter. Zwei Dinge jedoch wusste man von ihr. Sie erfüllte ihren Kunden die geheimsten Wünsche, ohne dass diese sie aussprechen mussten. Und versuchte jemand, sie oder eines der anderen Mädchen zu betrügen oder wurde gar grob, ohne dafür zu bezahlen, so landete er blutend und wimmernd in der Gosse. Die Stadtwachen ließen sich kaum noch im Hafenviertel sehen, jedenfalls nicht, wenn sie im Dienst waren. Bald schon wurde sie von vielen der Huren geliebt, von manchen geradezu verehrt und von einigen gehasst. Doch alle respektierten sie. Siri winkte das Mädchen in ihr Zimmer und hieß sie, sich auf das Bett zu setzen. Die Tür ließ sie offen. Mit einem Tuch begann sie, die Wunden der Kleinen zu säubern. Wie lange machst du das schon? Ein, ein Jahr. Ein weiteres Jahr wirst du nicht durchstehen, nicht wenn du so weitermachst. Zwei Mägde schleppten Eimer mit dampfendem Wasser heran und gossen es in einen bereitstehenden Zuber. Siri flüsterte mit ihnen und drückte beiden etwas in die Hand. Die Frauen knicksten vor ihr wie vor einer Dame und huschten davon. Mit weiterem heißen Wasser und zwei Bündeln kehrten sie zurück. Wieder geflüster und wieder wechselte etwas, offensichtlich ein paar Münzen, den Besitzer. Die Mägde verschwanden und Siri schloss die Tür. Wie ist eigentlich dein Name? Dim, Dimbra. Siri verdrehte die Augen. Kind, das ist doch kein Name für eine Hure. Du brauchst einen Namen, von dem die Männer träumen können. Sie überlegte kurz. Elonia. Was hältst du von Elonia? Das klingt exotisch, nach Sonne und fernen Inseln. Was meinst du? Darf ich denn einfach? Natürlich darfst du. Du darfst dich auch Hutziputzi nennen, wenn du das willst. Aber dann nimmt dich keiner ernst. Das wäre damit abgemacht. Dein Name ist von nun an Elonia. Also Elonia, dann zieh dich mal aus. Verschüchtert und verständnislos gehorchte das Mädchen. Und jetzt hopp in den Zuber. Doch damit überschritt sie offensichtlich eine Grenze. Panik flackerte in den Augen der Kleinen auf und gehetzt blickte sie sich nach einem Fluchtweg um. Kurz entschlossen schlüpfte Siri aus ihren Kleidern. Sanft nahm sie das Mädchen bei den Händen und gemeinsam stiegen sie in das Wasser. Bei dem ersten Eimer, den Siri über Elonias Kopf ausgoss, wäre diese fast wieder in Panik geraten. Doch dann zeigte sie ihr das winzige Stück Seife, das die Mägde mitgebracht hatten. Die Kleine schielte fast, als sie daran roch und vermutlich hätte sie es am liebsten aufgegessen. Siri wusch ihr die Haare, seifte sie gründlich ab und am Ende hockten die Frauen still im Wasser und genossen die Wärme. Warum hat er dich verprügelt, wollte Siri wissen. Das tun sie doch immer, oder? Wenn du schmutzig bist, dann behandeln sie dich wie Dreck. Wenn du widersprichst, dann werden sie grob. Wenn du gehorchst, haben sie keine Achtung vor dir. Männer müssen geleitet werden, dann tun sie nur das, was du willst. Verstehst du? Aber damit war das Mädchen hoffnungslos überfordert. Kindchen, wenn du so weitermachst, bist du in einem Jahr tot. Vielleicht sogar schon morgen. Das muss dir doch klar sein. Die Kleine zuckte ergeben mit den Schultern. So ist das eben. Eine Weile schwiegen sie. Dann fasste Siri einen Entschluss. Möchtest du lernen, wie du Männer lenken und leiten kannst? Und ohne Schläge und Schmerzen genug Geld verdienst? Sofort schlicht sich ein misstrauischer Ausdruck in Elonias Augen. Was, was muss ich dafür tun? Nun, für den Anfang, jeden Tag baden. Mit Seife. Fassungslos, mit offenem Mund und weit aufgerissenen Augen starrte die Kleine Siri an. Ich werde alles tun, was du von mir verlangst. Oh ja, dachte Siri bei sich. Und noch viel mehr, als du dir jetzt vorstellen kannst. Laut aber sagte sie, lass uns Freundinnen sein. Sie beugte sich vor und gab Elonia einen zärtlichen Kuss. In Laris Gasthaus, mitten im Hafenviertel, gab es zwei Zimmer, die etwas abseits der anderen lagen. Das größere Zimmer war für Siri reserviert. Hielt sie sich woanders auf, dann stand es leer. So war die Abmachung. Aber Laris verdiente so gut an Siris Kunden, dass sie sich damit einverstanden erklärt hatte. In dem anderen Zimmer hatte bis vor wenigen Tagen Lorida gewohnt und gearbeitet. Beim Besuch eines ihrer Kunden hatte Siri einen schwachen Lichtschein bemerkt, der durch einen Spalt in der Trennwand fiel. Kurz darauf war er verschwunden. Lorida hatte sie belauscht und das war etwas, was in diesem Haus streng verboten war. Dazu war der Kunde auch noch ein angesehenes Mitglied der Handwerker-Gilde und hatte Dinge erzählt. Siri ließ sich nichts anmerken. Als Ruhe im Haus eingekehrt war, huschte sie hinüber in Loridas Zimmer und in ihr Bett. Als sie wieder ging, schlief Lorida tief und fest und sie wachte auch am nächsten Tag nicht auf. Am Morgen darauf war sie tot. Erschöpfung, meinte die Heilerin, die ab und an vorbeikam. Es funktionierte nicht nur bei Seeleuten. Jetzt standen Siri und Elonia vor Laris, die entschieden den Kopf schüttelte. Auf keinen Fall! Schau sie dir doch an, mit dem Gesicht kann sie zwei Tage lang nicht arbeiten. Tut mir leid, aber es geht nicht. Sie wird zwei Monate lang nicht arbeiten. Aber ich bilde sie in der Zeit aus und was du dann an uns beiden verdienen wirst... Unmöglich! Zwei Monate lang! Nein, so lang kann ich das Zimmer nicht entbehren. Wenn dir so viel an ihr liegt, dann kann sie meinetwegen bei dir schlafen, aber das Zimmer bekommt sie nicht. Siri zuckte mit den Schultern. Wie du willst. Dann gehen wir eben zu Marie. Ihr Essen ist ohnehin besser. Sie sammelte ihre Sachen zusammen und Laris bekam kalte Füße. Nun, warte doch, Kindchen! Lauf nicht gleich fort. Lass uns überlegen, welche Möglichkeit es noch gibt. Einen Mond lang genießt sie deine Gastfreundschaft und du schickst heute noch nach der Heilerin. Danach bekommst du den vollen Preis für das Zimmer, ob sie Kunden hat oder nicht. Und ich alleine entscheide, wen sie als Kunden annimmt. Laris schnappte nach Luft. Das war unannehmbar. Wenn aber Siri ernst machte und zu Marie ging und der Kleinen sah man auch mit ihrem geschwollenen Gesicht an, dass sie eine Schönheit war, widerwillig und zähneknirschend gab sie nach. Abgemacht! Du bist ein guter Mensch, Laris. Das war eine Lüge und sie wussten es beide, aber Laris lächelte. Jetzt, da sie sich entschieden hatte, konnte sie auch großzügig sein. Nein, ich schicke euch gleich ein gutes Abendessen. Und die Heilerin! Laris schloss die Tür ein klein wenig lauter, als es sonst ihrer Art war. Elonia Ihre Verletzungen heilten schnell und sie brannte darauf, Siri ihre Güte zu vergelten. Doch ihre Lehrerin blieb hart. Zwei Monde, keine Kunden, das ist die Abmachung. Aber du kannst beginnen zu lernen. Vieles erzählte sie ihr, manches zeigte sie ihr. Nach einigen Tagen fragte sie dann, ob Elonia bereit wäre für den ersten Kunden. Dann darf ich also doch schon? Die Kleine strahlte. Endlich würde sie Geld verdienen. Doch Siri schüttelte den Kopf. Nein, vorerst schaust du nur zu und lernst. Sie ging in den Schankraum und setzte sich an den Tisch neben Hortgar. Der Schwarzalbe beschützte die Mädchen des Hauses und sorgte auch im Schankraum dafür, dass es keinen Streit gab. Siri musterte die Männer an den Tischen. Mancher versuchte, ihren Blick einzufangen, aber sie suchte etwas ganz Bestimmtes. Dann winkte sie einen jungen Burschen zu sich heran und erklärte ihm die Regeln. Er stimmte zu und beide verschwanden in ihrem Zimmer. So ging es Abend für Abend und der Schankraum war voller denn je. Die Männer erzählten von dem, was Siri ihnen geschenkt hatte und jeder hoffte, am nächsten Abend erwählt zu werden. Doch keiner von ihnen war so dumm, sie anzusprechen. In Laris' Gasthaus überließ Siri es Hortgar, aufdringliche Kunden in die Schranken zu weisen. Aber auch ein Streit mit dem Schwarzalben galt als wenig gesundheitsfördernd. Elonia staunte und lernte. Jeden Abend brachte Siri nur einen Kunden aus dem Schankraum mit. Sie ließ ihn einen Wunsch äußern und gab ihm etwas anderes. Trotzdem verdiente sie an jedem einzelnen Abend mehr Geld als Elonia früher in einer Woche. Lenken und leiten, Kleines. Männer wissen nicht, was sie wollen. Sie glauben das nur. Unsere Aufgabe ist es, ihnen das zu geben, was sie sich wirklich wünschen. Dann sind sie zufrieden, egal, was sie zuvor gesagt haben. Eine feste Regel in Laris' Gasthaus war es, dass jede Hure an einem von acht Tagen zu ruhen hatte. Als die Reihe an Siri war, blieb sie morgens einfach im Bett und wartete. Es dauerte auch nicht lange, da klopfte Elonia an ihre Tür. Welche Aufgaben hast du heute für mich? Siri lächelte in sich hinein. Das Kind war so eifrig bestrebt, ihr zu gefallen. Nun war es an der Zeit, den Lohn für ihre Mühe zu kassieren. Setz dich ein wenig zu mir. Ich denke, ich werde heute im Bett bleiben. Lass uns plaudern. Sie setzte sich auf und die Bettdecke rutschte herunter und entblößte ihre Brüste. Wie schon die Tage zuvor starrte Elonia sie an. Du bist so schön. Ich weiß. Du bist auch schön, aber du weißt es nicht. Das ist der Grund, warum ich viel Geld verdiene und du verprügelt wirst. Die Kleine nickte lächelnd. Noch vor wenigen Tagen hätte ich nicht verstanden, was du damit meinst. Aber heute ist das schon anders. Ich lerne so viel von dir und dafür bin ich dir sehr dankbar. Sie druckste ein wenig herum. Ähm, darf ich dich etwas fragen? Und als Siri nickte, wenn du mit deinen Kunden zusammen bist, hast du dann... Ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber die anderen Mädchen haben davon gesprochen. Sowas wie... Sie suchte nach dem passenden Wort. Dann ließ sie den Kopf sinken. Ich bin so dumm. Du meinst, ob ich die höchsten Bonnen erreiche? Nein. Niemals bei einem Kunden. Wenn das geschieht, verliert man die Kontrolle. Aber es ist sehr wichtig, die Kontrolle zu behalten. Außerdem kann mir ein Mann das ohnehin nicht geben. Ein Mann? Das war es. Das Stichwort. Einladen schlug Siri die Decke zurück. Bei einer Frau ist das etwas anderes. Wenn du möchtest, kann ich es dich lehren. Gehorsam kam die Schülerin zu ihr ins Bett und bereitete ihr Lust und zeigte ihr, wie auch sie Lust bereiten konnte und gemeinsam erreichten sie die höchsten Bonnen. Für Elonia war es der Himmel auf Erden. Genug zu essen, keine Schläge, keine Angst davor, beraubt oder vergewaltigt zu werden. Sie bemühte sich, ihrem Vorbild in allem nachzueifern und Siri jeden Wunsch von den Augen abzulesen. Alles war wunderbar, bis dieser rothaarige Mann auftauchte. Es war einer der Abende, an denen Siri einen Kunden im Schankraum auswählte. Elonia wartete in ihrem Zimmer und als die Tür sich öffnete, machte Siri scheinbar einen Fehler. Nur einen winzigen Moment drehte sie dem großen Mann den Rücken zu und dieser nutzte die Gelegenheit und fiel über sie her. Er warf sie quer über das Bett und riss ihr die Kleider vom Leib. Dann drang er von hinten in sie ein und sie schrie bei jedem seiner Stöße vor Schmerz auf. In Panik kauerte Elonia in einer Ecke. Wenn die starke Siri nicht gegen diesen Kerl ankam, was sollte sie dann tun? Aber die Schreie ihrer Lehrerin trieben sie an und sie tastete nach dem Brotmesser. Voller Angst umklammerte sie den Griff und wollte sich gerade auf den Mann stürzen, als Siri den Kopf wandte und ihr zuzwinkerte. Obwohl sie weiter unter der Gewalt des Mannes aufschrie, grinste sie und streckte Elonia die Zunge heraus. Kurz darauf grunzte der Kerl und sackte über ihr zusammen. Wenig später stampfte er aus dem Raum und war verschwunden. Na, Kindchen, habe ich dir einen ordentlichen Schrecken eingejagt? Siri öffnete die Hand und zeigte ihr die beiden albischen Goldmünzen. Nahrung und Obdach für ein ganzes Jahr, wenn man bescheiden war. Sie amüsierte sich köstlich über Elonias verstörtes Gesicht. Schmerz in Lust zu verwandeln ist die hohe Schule unserer Zunft. Das wird deine nächste Lektion. Nur die besten Huren vermögen es und du willst doch eine der besten werden, oder? Elonia nickte gehorsam. Der erste Schritt dazu ist die völlige Unterwerfung unter meinem Willen. Es wird wie ein Spiel sein und es wird dir gefallen. Von da an trug Siri ständig eine Gärte bei sich. Gehorchte Elonia ihr aufs Wort, wurde sie gestreichelt. Zögerte sie auch nur einen winzigen Augenblick, wurde sie bestraft. Siri bemerkte sehr wohl, dass ihre Schülerin manchmal bewusst etwas zögerte und den Schlag mit der Gärte genoss. Sie hatte sich nicht in ihr getäuscht. Ich werde sie behalten, dachte sie. Auch später. Ein oder zwei Jahre kann sie mir noch Freude bereiten. Bald schon näherte sich der zweite Mond dem Ende. Es war an der Zeit, dass Elonia die ersten Kunden empfing. Doch zuvor sollte sie noch eine letzte Prüfung bestehen. Lang ausgestreckt lag die Kleine auf dem Bett, die Beine weit gespreizt, die Arme hoch über dem Kopf festgebunden. Über ihr stand Siri und ließ die Gärte wippen. Öffne den Mund! Behutsam hielt sie ein rohes Taubenei zwischen Elonias Zähne. Halte es fest! Sanft streichelte sie ihr Gesicht. Keinen Laut will ich von dir hören und nicht die kleinste Bewegung ist dir erlaubt. Wenn du das Ei zerdrückst, schläfst du schon die kommende Nacht wieder in der Gosse. Langsam ließ sie die Lippen am Ohr ihrer Schülerin entlang wandern. Weiter den Hals hinunter und wieder hinauf. Ein kleiner Biss in das Ohrläppchen, direkt auf den Lustpunkt. Und wieder hinunter und weiter zu den kleinen festen Brüsten. Wieder hinauf zum Hals und wieder hinunter. Sie ließ sich Zeit und immer wenn sie selbst auf dem Gipfel der Lust taumelte, schlug sie hart und erbarmungslos mit der Gärte zu. Es dauerte lange und als sie endlich zufrieden war, lag Elonia immer noch wie unbeteiligt da und gab keinen Laut von sich. Voller Genugtuung betrachtete Siri ihre Schülerin, die beste, die sie je ausgebildet hatte. Sie löste die Fesseln und entfernte vorsichtig das Taubenei. Du darfst widersprechen und dich bewegen. Ein Schauer ran über Elonias Körper. Mit einem Blick voller Liebe und Hingabe sah sie zu ihrer Meisterin auf. Ich würde für dich sterben, meine geliebte Herrin. Und ich für dich, mein Kind. Und jetzt lauf und hole Laris. Bis zum späten Abend saßen die Frauen zusammen. Siri erklärte ihr Vorhaben und Laris zitterte vor Angst, ertappt zu werden und vor Gier, wenn sie an den möglichen Profit dachte. Die Gier siegte. Noch in der Nacht begann Hortgar, die zugemauerte Hintertür neben Siris Zimmer wieder zu öffnen und schon am folgenden Tag empfing Elonia die erste Kundin. Ohne den Schankraum betreten zu müssen, verborgen unter Mänteln und Kapuzen, huschten sie herbei. Eine Magd im Haushalt des Stadtkämmerers, von der niemand wusste, dass sie Laris Tochter war, trat als Vermittlerin auf. Nie traf eine Kundin die andere. Nie gab es Streit oder Geschrei. Alles verlief ruhig. In aller Heimlichkeit und was besonders wichtig war, zu aller Zufriedenheit. Elonia war immer fröhlich, empfing ihre Kundin mit einem tiefen Knicks, nannte sie meine Dame und behandelte sie wie die Königin. Hatte sie ihre Arbeit getan, was nie mehr als zwei Kundinnen am Tag bedeutete, nahm sie eine Decke und legte sich vor die Tür ihrer Herrin. Hoffend, diese möge sie zu sich rufen. Alle waren zufrieden. Abgesehen von Marie und Teda. Seit Siri ihre Häuser nicht mehr besuchte, verdienten sie deutlich weniger und das war ein unhaltbarer Zustand. Also kündigten sie ihren Besuch an und ließen keine Ausflüchte gelten. Zähneknirschend empfing Laris sie in ihrem Allerheiligsten. Einem hübschen Raum, weit genug vom Schankraum und den Zimmern der Mädchen entfernt, um nicht vom Lärm gestört zu werden. Stundenlang verhandelten, feilschten und drohten sie, doch keine wollte nachgeben. Die Häuser von Marie und Teda lagen in besseren Vierteln und zu ihnen kamen die speziellen Kunden, die Siri früher so geschätzt hatte. Kunden, die genug Macht und Einfluss hatten, um Laris Haus schließen zu lassen. Doch die lachte nur über solche Drohungen. Wenn das jemals geschieht, wird Siri euch besuchen. Ihr versteht, wie ich das meine. Kochen vor Wut wollten die beiden Frauen schon aufbrechen, als Siri ins Zimmer kam. Sie legte ein Stück Papier auf den Tisch, auf dem fein säuberlich zwei Dutzend Namen standen. Teda ließ sich nichts anmerken, aber Marie schnappte deutlich hörbar nach Luft. Es waren die Namen der besonderen Kunden und eigentlich sollte Siri sie gar nicht kennen. Mitglieder des Stadtrats, hohe Offiziere der Stadtwache, Führer verschiedener Gilden. Jetzt hört ihr mir genau zu und unterbrecht mich nicht. Ihr werdet mit jedem dieser Männer einen Termin vereinbaren. Beginnend in sechs Tagen und dann jeden vierten Tag. Nicht den dritten Tag, nicht den fünften Tag. Für jeden Kunden im Voraus zwei Goldstücke an Laris. Und jedem der Männer werdet ihr vertraulich eine Nachricht von mir zuflüstern. Dass es mir unendlich leid tut, ihn so lange nicht gesehen zu haben und dass ich mich nach seiner Umarmung sehne. Und weil er so geduldig war, bekommt er von mir noch ein besonderes Geschenk dazu. Eine Jungfrau. Teda und Marie hätten sich fast übergeben wegen der zwei Goldstücke im Voraus. Aber ihr Gewinn würde dennoch riesig sein. Und so lächelten sie. Laris kochte vor Wut über Siris Eigenmächtigkeit, tat jedoch nach außen hin, so als wäre das alles mit ihr abgesprochen. Außerdem war sie glücklich wegen der zwei Goldstücke im Voraus. Die Frauen versicherten sich gegenseitig ihrer großen Wertschätzung und immerwährenden Freundschaft, strahlten wie Sommertage und hassten sich bis aufs Blut. Kaum hatte sie Marie und Teda aus dem Haus komplementiert, eilte Laris zu Siri. Trotz ihrer Angst und Wut klopfte sie an die Tür. Einfach in Siris Zimmer zu stürmen, war in keiner Situation eine gute Idee. Bei allen Göttern, das ist unser Ende, jammerte sie. Wenn wir unser Versprechen nicht halten, werden sie uns vernichten. Siri, Kindchen, du bist die beste Hure, die ich je die Ehre hatte, in meinem bescheidenen Haus beherbergen zu dürfen. Aber woher sollen wir so viele Jungfrauen bekommen? Das ist einfach unmöglich. Sie rang die Hände und sogar ein paar Tränen liefen ihr über die Wangen. Siri sagte kein Wort. Sie trat nur einen Schritt beiseite und gab Laris den Blick frei auf ein kleines, schlankes Mädchen. Mit hübsch zu Zöpfen gebundenen Haaren und in der üblichen Tracht eines Küchenmädchens knickste die Kleine höflich vor ihr. Meine Dame? Erst an ihrer Stimme erkannte sie Elonia und da begann sie schallend zu lachen. Siri Anola In den nächsten Tagen spielte Elonia immer aufs Neue die Jungfrau. Schüchtern, still und gehorsam ließ sie sich von ihrer Herrin in die Betten der Kunden führen. Ein ängstliches Wimmern hier, ein paar Tränen dort, niemand bemerkte den Betrug. Hatten sich die alten Kerle mit ein paar kläglichen Tröpfchen ergossen, übernahm Siri. Sie lobte die Männer ob ihrer Stärke und Standhaftigkeit, säuberte sie, schmeichelte ihn und horchte sie geschickt aus. Nachdem der letzte dieser speziellen Kunden bedient war, wusste sie alles, was sie zu wissen wünschte. Sie befahl Elonia ihr zu folgen und gemeinsam setzten sie mit der Fähre ans andere Ufer des Sneenförd über. Neben der Anlegestelle lag ein großer Stapel Holz bereit. Siehst du den abgestorbenen Baum am Rande der Wüste? Bis zum Morgen schaffst du das Holz dorthin und entzündest für mich ein Feuer. Dann werde ich meine Schwestern rufen und als ihre Königin werde ich über diese Stadt herrschen. Und du, mein Kind, wirst zu meinen Füßen sitzen und mir Freude bereiten. Ja, Herrin. Siri zog sich zurück. In einem Weidengebüsch versteckte sie ihre Kleider und ließ sich in den Fluss gleiten. Die kommende Nacht wollte sie auf seinem Grund ruhen und Kraft für die große Aufgabe sammeln. Als sie am Morgen zu Elonia kam, trug sie in den Händen zwei Schalen. Eine gefüllt mit Meerwasser und die andere mit Blut. Der Platz war gut gewählt. Niemand würde sie hier stören und ihr Spielzeug hatte genug Holz herangeschleppt, um das Feuer den ganzen Tag über am Leben zu halten. Siri zog den Kreis, legte ihre Kleider ab und kniete nieder. Die glühende Hitze, der Talat Utwend, würde sie viel Kraft kosten und ihre Haut verbrennen. Doch dieses Opfer musste sie bringen. Ein letztes Mal durchdachte sie ihr weiteres Vorgehen. Die Verteidigungspläne von Kogas waren ihr nun bekannt, ebenso die Stärke der Truppen, ihre Bewaffnung und die Parolen. Sie kannte die geheimen Tore in der Stadtmauer und wusste, wie sie zu öffnen waren. Ihre Schwestern konnten die Stadt in wenigen Stunden überrennen. Mit dem Ritual des Wassers würde sie sie herbeirufen. Hatten sie Kogas eingenommen, begann der eigentliche Kampf unter den Siegerinnen. So war es immer, nur die Stärkste unter ihnen durfte den Thron für sich beanspruchen. Doch klug wie sie war, hatte sie vorgesorgt. Bevor sie nach Kogas aufbrach, hatte sie heimlich hunderte von Eiern gelegt, fernab der üblichen Laichplätze. Mit dem Ritual des Blutes würde sie ihre Brut zu sich rufen. Diese hatte den weiteren Weg als ihre Schwestern und würden erst einen treffen, wenn Kogas gefallen und der Kampf um die Vorherrschaft entbrannt war. Jede ihrer Schwestern, die sich ihr nicht erneut unterwarf, sollte dann in den gierigen Mäulern ihrer Nachkommenschaft enden. Ja, ihr Plan war perfekt und weitere hundert Jahre ihrer uneingeschränkten Macht gesichert. Über der Schale mit dem Meerwasser sprach sie den Zauber des Blutes und über der Schale mit dem Blut den Zauber des Wassers. Dann bat sie die dunkle Göttin der Tiefe um Kraft, nahm die Schalen auf und betrat den Kreis. Einen kurzen Blick warf sie noch über die Schulter zu ihrem Spielzeug. Halte dich bereit, deiner Königin zu dienen. Ja, Herrin. Der Schlag kam unerwartet, hart und präzise. Er traf den Nervenknochen unterhalb des Rippenbogens und lähmte sie auf der Stelle. Mit weit ausgebreiteten Armen, die Schalen mit Blut und Meerwasser in den Händen, stand sie da und konnte sich nicht rühren. Welle auf Welle raste der Schmerz durch ihren Körper. Wer bei der Göttin der Tiefe hatte ihr das angetan? Langsam mit einem seltsamen Lächeln auf den Lippen schob sich Elonia in ihr Blickfeld. Sie hob den Kopf und schaute Siri in die Augen und nichts von ihrer Unterwürfigkeit und Ergebenheit war mehr vorhanden. Nein, doch nicht diese Göre, dieses Spielzeug, dieses Ding. Das darf doch nicht wahr sein. Er war mein Bruder, mein Licht, mein Leben, der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Sie lächelte traurig. Ja, ich habe schon immer Frauen geliebt. Er wusste es und hat mich nie dafür verurteilt. Er war Bootsmann auf dem Handelsschiff grüner Drache und du hast ihn getötet. Elonia ging zu dem Holzstapel. Stück für Stück trug sie die Scheite heran und schichtete sie um Siri herum. Dabei sprach sie weiter. Zuerst wollte ich dir einfach ein Messer ins Herz stoßen. Aber selbst wenn ich nah genug an dich herangekommen wäre, du hast gar kein Herz, richtig? Sie schaute Siri erwartungsvoll an. Oh, du kannst ja nicht antworten. Nun, das macht nichts. Du hast ohnehin immer viel zu viel geredet. Sie lächelte spöttisch und in Siris Augen tobte ohnmächtiger Zorn. Dann sah ich eines Nachts, wie du ins Wasser gegangen bist. Das war nach dem Kampf mit dem Dunkelalm. Du warst so schwer verletzt, doch noch bevor die Sonne aufging, kamst du zurück. Schön wie der Morgen, gesund und stark. Also machte ich mich auf den Weg zu einem Ort hoch oben in den Bergen, zu einer Frau, die viele Geheimnisse kennt. Sie verriet mir deine Herkunft und auch, wie ich dich besiegen kann. Für einen kurzen Moment ließ Elonia ihre Arbeit ruhen und sah Siri fest in die Augen. Sie sah das wütende Funkeln und den Hass, aber auch die Angst, die im Hintergrund lauerte. Es ist gut, wenn man den Namen seiner Feinden kennt. Nicht wahr, Sirianola, Königin der Meerhexen? Verrat, man hat mich verraten. Wer? Ich werde sie alle vernichten. Und mit dir werde ich anfangen, du mieses, kleines Stück Dreck. Du Abschaum, du wertloser Müll, du. Elonia trug ein weiteres Holz heran. Es hat dir sicher große Freude bereitet, mir den Namen Elonia zu geben. Eloni, so nennt ihr Meerhexen doch diese kleinen, pelzigen Tiere, die ihr als Spielzeug anseht, nicht wahr? Werdet ihr ihrer überdrüssig, dann werft ihr sie ins Feuer, ertränkt sie oder tretet sie einfach tot? An dem Tag, an dem du mir diesen Namen gegeben hast, habe ich beschlossen, dass auch du auf diese Weise sterben wirst. Ertränken kann ich dich natürlich nicht und tottreten ist mir ehrlich gesagt so anstrengend. Diese Mühe bist du nicht wert. Aber es gibt ja noch eine dritte Möglichkeit. Dieses Miststück, diese verfluchte, verdammte, bepisste, kleine Schlampe hat mich hereingelegt. Sie hat meinen Tod geplant und ich habe es nicht kommen sehen. Ich werde sie. Jetzt fehlte mir nur noch ein Plan, um nah genug an dich heranzukommen. Dein Vertrauen konnte ich nicht gewinnen. Du vertraust niemanden. Auch deine Liebe würde ich nie erringen, denn du liebst nur dich. Deine Herrschsucht und deine Arroganz waren der Schlüssel und meine Unterwerfung der Weg. Du hast mich benutzt und verachtet und das hat mich davor geschützt, zu sehr von dir beachtet zu werden. Ich werde dir die Eingeweide herausreißen und sie in dein dreckiges Maul stopfen und dann sollst du jämmerlich daran ersticken und mich um Gnade anbetteln. Aber es war alles nur gespielt und du bist in meine Falle getappt wie ein dummes Huhn. Für eines sollte ich dir aber wirklich danken. Du hast mir jede Gelegenheit gegeben deinen Körper zu erkunden. Nur so konnte ich diese eine winzige Stelle finden und dank deiner Hilfe wissen wir nun, wie wir euch ungeziefer bekämpfen können. Ungeziefer, du jämmerliche Kreatur. Wir Hexen sind die Göttinnen der Meere und auserwählt um zu herrschen. Bald schon werdet ihr jämmerlichen Menschlein vor uns im Dreck kriechen. Ihr werdet Dreck fressen. Wir werden euch zertreten, zermalmen, wir werden... Elonia legte nun die letzten Stämmchen auf den Scheiterhaufen und Sirianolas starre Augen konnten jetzt den oberen Rand des Holzstapels erkennen. Sicher denkst du jetzt daran, wie du dich an mir rächen wirst. Der Wunsch nach Rache ist eine mächtige Kraft. Ich weiß das sehr gut, glaube mir. Er hat mich befähigt, Dinge zu tun, die ich nie für möglich gehalten hätte. Umso mehr genieße ich diesen Augenblick. Elonia holte eine Flasche mit Öl aus ihrer Tasche und goss sie über dem Holzstapel aus. Schon bald wird von dir nicht genug übrig sein, um an Rachel auch nur zu denken. Und plötzlich war nur noch die nackte Angst in Sirianolas Augen. Nein, das kann sie nicht tun. Das darf sie nicht tun. Ich will nicht sterben. Nicht so. Hilfe. Elonia ging zum Feuer, kehrte mit einem brennenden Scheid in der Hand zurück. Ich behalte den Namen. Elonia, das klingt wirklich schön. Von dir dagegen wird nicht einmal eine Erinnerung bleiben. Nur ein wenig Asche in der Wüste. Ich habe dich aus tiefster Seele gehasst. Doch auch dieser Hass endet heute. Nein. Das Öl brannte hell und mit Sirianola, der Königin der Meerhexen, gingen auch ihre Eroberungspläne in Rauch auf. Ein weiteres Jahr warteten die Meerhexen auf die Rückkehr ihrer Königin. Dann fielen sie wie Tiere übereinander her und kämpften um den verwaisten Thron. Die wenigen Überlebenden zogen sich in die Tiefe zurück und leckten ihre Wunden. Das war die Hure und suche nach neuen, schönen Kurzgeschichten. Alle Infos darüber und zur heutigen Geschichte findet ihr in den Shownotes oder auf www.wasliestida.de Ich wünsche euch viel Liebe und Weltfrieden. Eure Silke Siegel